Auch nur weil wir gerade Fahrzeuge haben zum Fahren, ne? Ja, aber das heißt fahren. Das ist ja nicht wirklich fahren. Das ist jetzt hier eigentlich los. Dritttempo. Achso, ich konnte jetzt nicht, weil ich alt gedrückt hab, konnte ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Deiner ist aber trotzdem schneller. Ja. Jetzt müssten wir schön vier Reifen finden. Das wär genial. Auf der anderen Seite wär's nämlich blöd, wenn du jetzt deine Karre reparierst, dann häng ich voll hinterher. Dann lass ich die zwei, drei Kilometer vorsprung. Findest du wieder witzig, wa? Findest du wieder witzig? Joa. Eine Flasche Pommes bitte. Eine Flasche Pizza bitte. Du kennst nicht den Klassiker. Von Dieter Haller vorn eine Flasche Pommes. Lass mich raten, du weißt nicht mehr wer Dieter Haller geworden ist. Kann man den essen? Okay. Tschüss, bis jetzt. Da Autobahn Hannover. Was? Und jetzt? Autobahn Hamburg. Die Beschleunigung ist am besten von dem Motorrad, ne? Mhm. Ich mein Gott, zieh doch mal übelst nach links. Mensch, Beschleunigung. Sei froh, dass man nicht runterfallen kann, wenn man zu weit nach links oder nach rechts lenkt. Ich glaub, dann wären wir schon ein Tausender auf der Presse geflogen. Lach mich nicht, Amos. Lach mich nicht, Amos. Dafür kann ich nichts. Ey, ich fahr nur 80 kmh. Jo. Jo. Oh, ey, aber irgendwie nervt's auch irgendwie. Was? So langsam da rum zu muddeln. Oh, jo. Auf der Autobahn geht's dann ab, ne? Mit 16 kmh auf der Autobahn. Ist dann nicht mal weit zur Autobahn. Ist ja gleich da vorne. Hörst du mich eigentlich hupen? Ja. Hörst du mich hupen? Ne. Ja. Aber ich glaub über deine Kopfhörerung. Keine Ahnung. Vorwörtlich müssten wir eigentlich jetzt beide rechts fahren. Ja. Ich fahr rückwärts rechts. Ah. Hörh! Hörh! Findet ihr's auch so lustig wie ich? Findet ihr's auch wenn der Schluck auf hat? Dafür kann ich nix. Doch. Nachbescheid. Ein Schluck auf Gummi geschmeckt, äh, gegessen. Er hat, ähm, Gum-Gum-Gum-Power, ne? Gluck auf Power. Ist doch so bei Ruffy, ne? Gumm-Gum-Fruct oder so, heißt die doch. Bei was? Bei One Piece. Ruffy, ja. Keine Ahnung. Da musst du dich mit Udin drüber unterhalten, der kommt so'n Scheiß. Jo, Udin, wenn du den Part hier siehst, ne? Sag dir das mal. Ihn zu Franken vergesse ich eh wieder, sonst hab ich das jetzt nicht beim Part drüber. Da kommt sich eh nicht unsere Let's Play sein. Na super. Na toll, jetzt hat sich grad irgendwas weggehangen. Ah ne, doch nicht. Passt schon. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz anhalten. Weil ich würde mal gerne was gucken. Bitte. Ja, ich hab rechts geparkt. Warte. Okay, warte. So, liebe Leute, wie ich befürchtet hatte, meine Festplatte ist nämlich voll. Wahrscheinlich kann's sein, ich weiß es jetzt nicht genau, hat's ein bisschen Aufnahme unterbrochen. Ähm, ja. Böser Onkel. Genau. Ah, da vorne kommt die Autobahn. Wir sind wilde Jungs, wir haben nichts zu verlieren. Vorne kommt die Autobahn, wir gucken wie hier ausgeht. Hä? Fahren wir nicht einfach von der falschen Seite drauf? Ja, also auf jeden Fall lang kann die Aufnahme heute nicht mehr gehen, denn... Viel ist auf der Festplatte auch nicht mehr Platz. Ey, ich hab den Report geschlagen, ich hab 41 kmh fahrig. Aber wir fahren auch voll von der falschen Seite drauf, ne? Fahren jetzt nämlich auf der linken Seite. Ich fahr auch 42. So, hier ist ein Auto, wenn ich kippe. Sieht aber nicht aus wie eine bunte... Ich denke, wir wollten zum Airfield. Ich hab doch gesagt, wir suchen ja erstmal Teile für unsere... Sachen hier, für unser Motorrad, und dann... ... geht ab. Ich vertraue einem Jungen. Einem kleinen Jungen. Schon fährt man sinnlos in der Prärierung. Hehehe. 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 Ey, du hast schon 55 zombiecats. Cool. Und 2 Tore. Eine hat 11 Tore. Hehehe. Boah, wie weit müssen wir denn hier fahren, dass wir eigentlich nicht mehr runterfahren können, ey. Alter, Auffau-Infall! Alter, wie sieht meine Kalle jetzt? Achso, das ist immer noch so ausfallen. Ich muss nicht einfach stehen bleiben hier. Tschüss! Ich bin vorher in die Reingefahrene. Ich weiß aber immer noch nicht wo lang. Es ist doch scheißegal, du willst doch eh dein Motorrad erst. Ja, wir müssen aber irgendwann hier abfahren. Und es gibt mehr als nur ein Abfahrt. Oh, dann sagst du mir halt vorher Bescheid. Ich hab jetzt echt Bock abzusteigen und den Typen abzuknallen. Mach mal, versuch mal. Das kommt, versuch's! Tschüss! So! Kurze... Ey, wartet mal kurz, ich muss mal die Aufnahme. Ich dachte... Oh... Es kam ein Sniper und wo zum... Das ist grad vom Motorrad gefallen. Ja, das ist einfach vom Motorrad. Guck mal die Mitspieler an, wie viel Sniper hier rumhängen könnten. Du und ich? Ja, das sehen ja die Leute nicht zuschauen. Du hast ja bis jetzt bestimmt gar nicht auf eine P-Tasse gedrückt, oder? Doch! Ja, dann hast du natürlich die Arschkarte gezogen. Dann kannst du dir keinen Ausreger suchen. Oh, grad jemand hat zugechained. Aha. Und dann, wo er mich getötet hat, ne? Dein Auftrag war, mich zu töten, und dann hat er sich von pisst. Also ich muss sagen... Die Szene hat man schon mal. Ich find's komisch, dass echt hier auf Selle... Dann in dieser Zeit so wenig los ist. Wahrscheinlich, weil's ne deutsche Map ist... Scheinen hier auch nur Deutsche drauf rum zu hängen. Ja, vielleicht eine Löhne... Nee, vor allem war ein Engländer drauf. Eine andere Kamer. Oder ein Engländer. An der jedenfalls Englisch gesprochen hat. Ja, ich kenn auch, äh... Naja, gut. Mein Tank ist nur noch halb voll. Mein aber auch. Ich würd sagen, wir tanken nochmal auf. Ja, wenn wir ne Tankstelle finden, ne? Und hauen uns dann irgendwo mal ins Gebüsch. Ich hoff, dass die... Leute uns nicht dann irgendwo die Motorräder wegklauen. Und beide Motorräder nicht direkt an einer Stelle packen. Und so versetzt, dann in den Busch rein tun. Busch. Buschi. Buschi, 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 Buschi. Buschi, Buschi, Buschi. Buschi, Buschi. Ja. Buschi, Buschi, Buschi. Buschi, Buschi. Buschi, Buschi. Nö. Frauen am Steuer zu. Ja, Frauen am Steuer ungeheuer. Frauen am Steuer wird immer teuer. Brücke Leitflachen gehen mir besonders mal auf die Eier, weil ich glaube, ich wollte schon über hier runter Brücke Brücke Wee Aber ich bin Singleplayer Das könnte man doch ein, oder zumindest, ich weiß nicht, mal vorstellen, hier noch, naja, machen wir dann mal bumm Modvorstellung Ja, was heißt Modvorstellung? Kann man doch mit in die Daisy-Folgen einbringen Bei 1, 2, 3 Parts hochgeladen werden über ein Singleplayer-Daisy oder was? Mal gucken Ja, liebe Leute, es gibt nämlich einen Was heißt jetzt? Den gibt es schon länger Wir haben den bloß gerade gefunden Singleplayer-Daisy Also man kann Daisy, so wie es ist Auch Singleplayer zocken Da ist dann KI Ja, nur Tschernarus Es gibt KI-Vanditen, es gibt KI-Freunde Weiber heißen die dann und dann könnt ihr mit diesen Leuten zusammen im Team spielen und halt Zombies töten und die Banditen töten und halt um über Leben kämpfen Genau, den muss man dann Befehle erteilen und der Umfang ist eigentlich genauso umfangreich wie Arma Also das Lustige an der ganzen Sache ist, man kann cheaten Ja, man kann sich Autosheaten Die Arma 2 Vehicles, Flugschrauber und so und Panzer Oder halt die normalen Daisy Vehicles, diese Trucks, UHZ und so Und halt die Waffen, die es bei Daisy gibt Deswegen dürft ihr damit auch nicht online gehen, da müsst ihr das immer rauslöschen, wenn ihr online geht Was heißt löschen? Ich hab mal gehört, man kann es deaktivieren, aber ich hab keine Ahnung wie Ja, ich lösche es lieber raus Das ist vielleicht besser So, bei mir ist es unter der Hälfte des Tanks Ich hab keine Ahnung, bei mir wird keine Anzeige gekrackt, ach doch jetzt Boah, nur noch viertelst voll Weiter Strich noch? Naja, ein bisschen drunter noch Da brauchen wir ganz schön viel Sprit, ne? Ja, Tobi, du hast recht Aber dafür haben wir ja noch die Kanister voll Ich hab die Kanister voll, die Kanister voll Ich hab die Kanister voll Aber ich find's trotzdem bei Selle immer noch ein bisschen beschissen, dass es echt wenig Autoparts gibt Habt ja gesehen, was wir von Industriegeländen, ja klar, wir sind von Wir sind mit Motorrad dorthin gefahren, aber trotzdem Waren wir an einigen Industrie Gebäuden und haben nix gefunden Ja, nix Vielleicht haben wir auch zu lange, äh, zu kurz gewartet, bis die Kanister, die, äh, die respawned sind Ja, nix